Mein Name ist Maria Schumtschauder, ich arbeite bei der Siemens-Stiftung und bin dort verantwortlich für das Thema digitale Medien und seit zwei Jahren auch für das Thema OER. Unbekannt ist sie sicher, deswegen, weil sie noch nicht so lange existiert, seit 2008. Wir sind eine operative Stiftung, wir fördern in der Form nicht, indem man Anträge stellen kann, ich habe da ein Projekt und könnt ihr uns da finanziell unterstützen, so geht das bei uns nicht. Wir haben Schwerpunkte, thematische Schwerpunkte, wie Naturwissenschaften und Technik in die Schule zu bringen, in den Unterricht zu bringen, besser zu machen den Unterricht, auch unter Einsatz der digitalen Medien. Und wenn zum Beispiel zu unserem Schwerpunkt jemand ein Projekt entwickeln möchte, dann kann er gerne auf uns zukommen und wir schauen dann, ob wir in der Form einer Kooperation so ein Projekt auch umsetzen können. Gut, es muss ein gutes Konzept haben, das ist natürlich schon mal, es muss gut durchdacht sein, es muss auch Bedarfe erfüllen. Also ich möchte nicht das tausendste Projekt unterstützen, sondern es sollte natürlich ein Projekt sein, das wirklich einen Bedarf, der noch nicht gedeckt ist, in der Schule füllt. Das ist ein Kriterium, das zweite ist natürlich, ist eine Fachexpertise vorhanden, kann ich davon ausgehen, dass derjenige, der das Projekt umsetzen möchte, auch wirklich die entsprechenden Fachkenntnisse hat. Das sind, denke ich, schon mal sehr wichtige Voraussetzungen. Also man braucht sowohl die Stiftungen als auch die Politik, würde ich sagen. Die Politik muss gute Rahmenbedingungen schaffen, auch für neue Dinge. Und da sehen wir ja gerade beim Urheberrecht, das ist so ein typisches Beispiel, wie passt das Urheberrecht mit den freien Lizenzen zusammen. Stiftungen können Impulse geben, können Anregungen schaffen, können vielleicht auch mit einem guten Beispiel vorangehen und zeigen, dass es einen gangbaren Weg gibt. Also ich glaube, das Zusammenspiel von Stiftungen und Politik ist sehr entscheidend. Also nicht ein Gegeneinander, sondern eher ein Miteinander. Hoffentlich gut. Wir planen bis Ende 2017 eine interaktive OER-Plattform zu haben, das heißt unser jetziges Medienportal, das noch geschützte Medien enthält, nicht unter CC-Lizenz, das allerdings auch schon einige OER enthält. Das soll zu einer interaktiven Plattform ausgebaut werden und mein Ziel ist es bis Ende 2017, alle Materialen unter CC-Lizenz auf dem Portal zu haben. Vielen Dank.